Der neue Advokat Der neue Advokat Heute, das kann niemand leugnen, gibt es keinen großen Alexander Zu Morden verstehen zwar manche Auch an der Geschicklichkeit mit der Lanze über den Bankettisch hinweg den Freund zu treffen, fehlt es nicht Und vielen ist Mazedonien zu eng, so daß sie Philipp, den Vater, verfluchen Aber niemand, niemand kann nach Indien führen Schon damals waren Indiens Tore unerreichbar Aber ihre Richtung war durch das Königsschwert bezeichnet Heute sind die Tore ganz anders wohin und weiter und höher vertragen Niemand zeigt die Richtung Viele halten Schwerter aber nur, um mit ihnen zu fuchteln Und der Blick, der ihnen folgen will, verwirrt sich Vielleicht ist es deshalb wirklich das Beste, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzbücher zu versenken Frei, unbedrückt die Seiten von den Länden des Reiters Bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht liest und wendet er die Blätter unserer alten Bücher Bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht Bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht